Luzerner Sinfonieorchesters Liebes Publikum, ich heisse Gregoré Ass und ich bin erster Konzertmeister des Luzerner Sinfonieorchesters. Liebes Publikum, ich heisse Jonas Erni und der Stimmführer der zweiten Geige im Luzerner Sinfonieorchest. Hallo, ich bin David Sempelane, Solo Bassist des Luzerner Sinfonieorchesters. Ich wünsche allen eine gute Gesundheit und hoffentlich bis bald in Konzertsau. Liebes Publikum, ich heisse Peter Meidenhoff und ich bin Solo-Kontrabassist des Luzerner Sinfonieorchesters. Zusammen mit meinen Kollegen möchten wir Ihnen einen kleinen musikalischen Scherz schenken. Wir spielen für Sie den dritten Satz von der Gioachinos Rossini Sonate a Quattro in G-Dur in einer etwas Kontrabass betonte Besetzung. Bleiben Sie gesund und positiv. Wir vermissen Sie. Hückel Dissert 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020